so meine freunde willkommen hier wieder die 100 grad gestartet weil ich fast rausgeflogen bin zu schock live mit psycho die hallo 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 mit meinem bro hier am start so eine hunde die typen gedrängt bin fast rausgeflogen deswegen muss ich jetzt starten aber es geht ja ich glaube ich schieße es genau ins loch rein und der war genau in der kugel wieder drin im ring jetzt müssen ein bisschen weiter rechts und könnte ich eventuell beide treffen natürlich trifft der mich trifft und höre ich komme ich da nicht hin und natürlich hoffe ich dass ich da nicht in das loch schieße ist wenn natürlich blöd so jetzt könnt ihr eventuell beide trefft aber ein im heim ich mich mit bananenschalen hat das simpel ein twinkler wie die ich immer alle fragen frisch recht fisch schießt man mit green da müsste ich einen auf jeden fall treffen wenn der jetzt nicht so kacka fliegt und das war klar alter du bist schuld wenn der oma das bissle rechts glaube ich nun könnte ich mit snipe auf ihn schießen glaubt dass selbe denkt das sind diese ringe um meine aion oh gott alter was ist ja guck mal was da mir im weg steht ja so aber ich könnte den anderen treffen glaube ich was schieße ich ich schieße einfach mit twinkler ach das ist die scheiße und wieder minimal knapp daneben war ja warum habe ich da nie das muss mir einsam super super nein halt das und lachen oder auch nicht nur 10 was mache ich jetzt was soll ich schießen ich habe nichts gescheites ich schieße einfach so ich glaube das war miserabel ich habe genau diese rabler ging es ja gar nicht ich habe einen schneiden schneiden aber wohl haben die hassen jetzt ist er tot tot wer ist tot der hintere also nicht tot aber viel damage mache ich den der mensch ja wohl halt ja es geht genau in die falsche richtung ja was hast du noch tötest du den mit dem nächsten schuss weiß ich nicht dann geht du aufs kollin und ich versuche mit sniper den zu treffen dann wird er tot auch wenn ich mir fast sicher bin dass ich verfehlen werde weil er mir jetzt meine route direkt drin als ich bin tot glaube ich ja also geil ja tschau geht dann machs gut super erste sahne richtige sahne alter schleichwerbung alter der jetzt achte hat sich teleport gut richtig schießen rapide feiern so für roller bräuchtest du zwei schüsse weil es nur 20 schaden das war eine exzellente arbeit dann heißt ich verneichter uns da da rb 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 Ich will die Hände abnehmen. Ich will die Hände abnehmen. Chillt. Super, Leute. Nicht zu schrauben. Scheiße, Alter. Hey, Junge, gib doch mal. Dann bricht der Woller immer noch nichts. Ui, jetzt kriegt der Zucker. Alter, was mit dir? Ui, 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 ui. Jawoll, endlich. Kann der eigentlich meine Kiste auch einsammeln? Alle laut klatschen, das war super! Dicke Kanone, Alter. Ja, da würde ich noch gut gemacht sein, Alter. Alter. Voll schlecht, irgendwie. Damage habe ich gemacht. 22! Boah, exzellenter Kings ja gar nicht hier heute mal wieder. Ich habe Sniper Plus, Alter. Ui, 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 ui. Macht bestimmt 200 Schaden, ey. Na, halt. Denk mal 150. Ui, 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 ui. So ein Wichskrötenkinder. Ui, ui, ui. Na mal, nicht zu viele Ausdrüte, Alter, oder? Ja, Alter. Wotan? Ich gehe gleich zu deinem Mutter. Ja, das ist ganz spannend. da ist geflüchtet war nicht zu gut ich war muss traurig ich war muss traurig mutter traurig ob war ob ja genau leckend dark sein pink wusste ich gar nicht dachte black ´teck tschau tschau warte so geil aus warte! Beide so geil aus immer! du gibst mir so geil aus! Was? so ich schieß black and dark weil ich erforsche erstmal mit der frischen schießmann das war voll nah wie schießvoll die kürze 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 wie viel korex hast du er hätte wurde hinfliegt das müsste lange fast doch getroffen 70 super dafür mein schießes fucking christ jetzt kann ich was rein schmeißen oder der legt sich genau rein super habe ich was ich da rein schmeißen kann ich hätte hovoball und erst reich das sah böse aus kürze kürze gott sei dank alter ich habe schon befürchtet ich glaube die mögen die ich glaube du bist ich hatte so cool ist ich stehe eine katze bei dir mietze durchfahrze scheiß dir auf die fratze danach hast du eine glatze doch diesmal zu peter ist halt wirklich der ließ doch gut tschüss tschüss adios adios ok wer muss döner das müssen passen gefähre das war zu weit scheiß das war eine gute attacke als die macht mega schaden jetzt habe ich auch wieder nur scheiße wo zauber mein zeug an ich komme da gar nicht hin nach der kapitel zölber und rüchtevolle kommen rechts Doch, wieder rechts. Oh je. Oh, scheiße. Oh, das ist das. Oh. 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 Was sind die Hosen? Ja, ein bisschen. Geil. Darf ich mal? Schnuppern. Schnuppern. Oh, die scheiße, Hosewicht. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Hosen scheißen, Hosewicht. Oh, Gott. War ja klar, Alter. Oh, der schießt mit Sniple. Oh, ja. Scheiße. Scheiße. Ha, ich hab eh nur scheiß Waffen. Ich schieß jetzt einfach. Tänk. Tänk. Hä, ich komm doch auf die Idee mit der Granate zu kommen. Agathe. Klar, das ist öb, öb, brülz. Vielleicht hat er nichts vorgeschaltet. Jetzt könnte ich mein Zeug nehmen. Hast du gutes Zeugs gehabt? Boah, klar. Boah, wie viele Zeugs. Besser als so was. Ich hab das neue Weapons. Oh. Äh, ne, ne. Ja, du bist gleich tot. Geil. Ja, geil, gell. Und tschüss. Nein, das langt. Kritik der Strecke, der hatte, ich hab noch nicht mal sein Schild untergeschossen. Oh, ich glaub, das ist das breite. Ja, Mann. Äh. Ich hab 95 Damage gemacht, 24, du. Wie kann es sein, dass wir einen Typ mit 200 Leben getötet haben? So viel Selbstdamage hat er sich doch dann. So ein... Sack! Jetzt machen wir die aber fertig, oder? Ich glaub, wir haben bis jetzt in jeder Aufnahme alle Runden verloren. Echt? Wir haben doch einmal gewonnen, glaube ich. Ich glaub schon. Wir haben die meisten mal auch gewonnen. Da musst du diese Bröte in diese Bouillon reinmachen, ah, blablabla. Der kennt schon den ganzen Text aus, wirklich. Ähm... Voll, der geht voll auf meinen Platz. Ich war mir da. Waschnauze! You was you knowed! Das kam, gell, abend, dann hast du ja... Ja, tu. Oder Mittwoch. Äh. Boah. Ja, der Alklinik. Super. Oh, nein. Der kann jetzt nicht verschießen. Ich glaub, runterfahren kann man immer. Ich bin mir aber nicht sicher. Äh... Also, das ist besser. Halte! Auf E-Mail bei der Unte. Der hat auch ein Schild mit seinem Vater, alter. Ja, man, übel, alter, alter. Alter, alter, alter. Oh, Gott, willst du mich verarschen? Gott, was der hier? Scheiße, ist so eklig, alter. Scheiße. Der Sniper, bitte. Alter, die schießen mit Sniper. Alter, du stirbst gleich. Ich bin fast tot, alter. What the fuck? Ich hab' den Level 2. Jetzt wohl nützlich, aber wieso, ne? Na, ich probier mal gut jetzt, alter. Ich hab' den Level 2. Probiert. Der probiert nicht, der probiert. Oh, Gott. Oh, das ist geil. Der hat gefangen aus. Hey, ich hab' drei Gegner. Die Runde geht der Schnelle vorbei. Oh, ja, dieser geht der Schnelle vorbei. Oh, mein Wege. Ey, dieser Bulli, oh, Alter, ich hab' 0x-Damage gemacht. Ich hab' den Leben gegeben. Oh, der Level 2. Hey, Junge, Alter, das ist so eklig. Ich kann gar nix machen. Ich kann die nicht treffen, so. Das hab' ich doch. Wow. Hä, warum steht da T? Tunte. Ach, ich hab's ihm geschrieben. Cool, halt. Alter, bin. Ups, bin. Und. Natürlich. Alter, mit was du uns alles tötest? Baaah. Junge. Alter, Mann. Kann gar nix machen hier. So. Geht auch nicht. Schau mal. Danke. Ich kann nicht weiter. sehr, sehr gut. Ha, ha, ha. Ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Hoi. Ha, ha, ha. Juh, ha, 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 ha. Ich, nehm's, was ist sie. Super, geht nicht. die kiste und hofft dass irgendeine ich glaube ich kann mich nicht bewegen das ist der black hat es steht voll auf der spiel von dem arsch jetzt kann ich zukommen schießen es geht die 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 boden entlang glaube ich glaube du auf die spitze vielleicht schießt von diesem kleinen berg was nämlich so fast gerade hoch ja hoffentlich schießt du dich selbst warum schießt mich einfach direkt nach links ganz schwach junge alter passt auf meine freunde 70 schaden und jetzt am besten noch nicht verlaufen wir auch aus dem bisschen niederbrut zwei kräg das war das schnelle schiefen das blaue 39 39 da marge also kurz hatte geschossen hat sich selbst schaden gemacht kann es sein ich glaube ja das macht so viel schaden Da hin, ich nehme Snake. Snake. Snake von Metal Gear Solid. Oh Gott. Der tötet sich selber, Alter. So, meine Freunde. Und wieder alle klatschen. Ich bin aufzudrücken. Weißt du, der lebt wenigstens. Ich bin schon direkt gestorben. Aber Hauptsache, andere Leute, die man machen. So, ich würde sagen, das war's wieder von der Runde, oder? Das war's wieder mit diesem Partphone. Alter, ich hab Palme bekommen. Du gehst mir toll auf die Palme. Alter, du bist ganz da unten, Alter. Ich hab Zeug nur oben und jetzt... Ui! Also, meine Freunde. Wir verabschieden uns von diesem Part. Tschüss! Tschüss! Tschüss!